Musik Ich bin Niklas, ich wohne in Hamburg, habe gleich einen Termin in der Bank und jetzt kommt ein bisschen in der Sonne. Ich habe eine schöne Karte bekommen, dass ich toll aussehe. Das habe ich heute noch nicht gehört, deswegen hat mich das sehr gefreut. Ich höre mich auch sonst nicht so oft aus von meiner Freundin. Ja, war ganz nett. Also ich glaube zum Flirten ist es vielleicht auch, könnte in beide Richtungen schießen. Also dass es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, wenn man danach nicht noch was Cooles sagt, sondern wenn man die quasi nur so in die Hand schiebt. Aber ja, das ist ein interessanter Ansatz, glaube ich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020